Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy 7 Rebirth. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollten zum Hügel, um zu gucken, was die da vorhaben. Der Hügel ist aber ein bisschen weiter weg, glaube ich. Der ist jetzt nicht unmittelbar in unserer Nähe. Der ist hier. Vielleicht können wir hier eine Schnellreise hin machen. Und dann müssen wir irgendwie da hoch. Vielleicht haben wir von da drüben gute Karten. Jawohl. Ach komm. Von da führt ein Weg da hoch. Hätten wir vielleicht doch von da gehen sollen. Egal. Mal eine Schnellreise hier hin. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Das heißt, wir müssen den Weg hier folgen. Und dann müssen wir... Wo genau? Da vorne rechts. Aber wir können uns vielleicht nochmal kurz da hinsetzen. Und noch einmal kurz Luft schnappen. Einmal kurz ausruhen und so. Ah, schön. So, und dann müssten wir eigentlich hier rechts lang. Und da kommen wir auf den Hügel. Tolle Wurst. So. Ich bin gespannt. Oh. Oh, ja, stimmt. Was gibt es denn hier zu sehen? Wir beobachten einen riesigen Condor. Das tun wir regelmäßig, denn nur so können wir sichergehen, dass dieses Condor-Weibchen gesund und kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie Hunger hat. Müssen aufpassen, dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf Nummer Condor gehen. Hey, hast doch sicher schon mal von unserem Magazin gehört, nehme ich an. Colin! Ich denke, heute wird sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nein, ich möchte noch etwas bleiben. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesichtet. Langsam mache ich mir Sorgen. Vielleicht hätten wir ihr wirklich etwas Futter besorgen sollen. Tja, einen Austrang am schwarzen Brett habe ich ja schon gemacht. Gibt es vielleicht etwas, das wir tun könnten? Wir würden gern helfen. Oh, das Angebot kann ich unmöglich ablehnen. Nach dem Condor-Futterfragen, nach dem Condor-Futterfragen den Auftrag annehmen. Ein prächtiger und wunderschöner Vogel, lebt auf einer Insel, nicht weit von hier. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Tier hat mir in jungen Jahren mal das Leben gerettet. Daher würde ich mich durch meine Beobachtung gerne revanchieren. Die Leute sollen ein besseres Verständnis für Condor bekommen. Okay. Unsere Condor-Dame ist ein sehr stolzer Vogel. Jagt lieber selbst, als das Futter zu fressen, das Menschen ihr hinstellen. Aber wenn ihr der Geruch zusagt, kommt sie vielleicht wenigstens näher, um sich die Beute einmal anzuschauen. Fragen wegen den Retten? Damals im Krieg musste ich vor Shinra-Truppen tief in den Wald flüchten und bin dabei sehr unglücklich gestürzt. Dachte schon, es sei um mich geschehen, doch plötzlich hat mich ein Condor geschnappt und zum nächsten Dorf getragen. Wow. Hat in mir vermutlich bloß ein schnelles Abendessen gesehen. Nach diesem Sturz konnte ich meine Beine nie wieder bewegen. Doch wenn ich meinen Condor am Himmel fliegen sehe, fühle ich mich immer gleich ein Stückchen freier, als hätte auch ich Flügel. Wow. Das ist eine tolle Geschichte. Danke. Das ist großartig. Seht ihr den Wald? Dort ist das Jagdrevier unseres Condors. Um dorthin zu gelangen, ist ein Chocobo vonnöten, der auf die Berge hochkommt. Okay. Wo ist der Wald? Wo, 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 wo muss ich hin? Da muss ich hin. Hinter dem Berg, ja? Äh, Chocobo nehmen wir direkt. Weil wir so fleißig waren, können wir jetzt überall mit dem Chocobo hier lang. Nicht, dass er unseren Chocobo frisst. Nähere dich der Kuh vorsichtig. Vorsichtig. Das fließt ein Condor also. Vielleicht können wir die Fährte aufnehmen. Ah, nein! Gut gemacht. Kann ich da picken? Oder was kann ich da? Hallo, Kleiner. Das war's. Es ist aus. Mit kleinen Piss-Aufiecher. Ach du Scheiße. Da ist er wieder. Die Arme Kuh. So. So. Das muss doch so krass an den Fußnägel wehtun, ne? Oh, oh. Na, dann rein. Der futtert bestimmt da grad ordentlich sein sein Küchen und wir sollen da jetzt einfach so rein stürmen. Der futtert? Der futtert? Na, da? Na. Na? Da! Na! Na! Ah! Vielleicht ist Blitz ja besser. Wir machen mal... Die können doch nicht. Vielleicht Eis? Oh, er kam. Der haut da noch Flamme auf, aber was? Aber jetzt muss er irgendwie... Jawohl, Red. Das Fleisch des Ungeheuers? Ach, das ist nicht mal der Kondor. Ungeheuer Fleisch. Übergabe des Futters. Kondor-Hügel. Da seid ihr ja wieder. Hoffe, ich habe euch nicht zu sehr rumgescheucht. Legt das Futter am besten dort oben hin. Das sieht ja... interessant aus. Von welchem Tier stammt das denn? Von einem monströsen Drachen. Einfach zu schön, überall den Himmel sehen zu können. Jedenfalls besser als eine Stahlplatte anzustarren. Aber... Irgendwie wirkt er auch unheimlich. In seiner endlosen Weite. Langsam verstehe ich, was Eris meinte. Ja, irgendwie. Oh, da oben! Hm? Wow. Oh, ha, ha, ha. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kondor so nah rankommt. Oh, schnell, ein Foto. Das müssen wir festhalten. Natürlich sofort. Oh, das perfekte Motiv. Schnell, bevor sie wegfliegt. Bitte lächeln. Genau. Ist ein gutes dabei? Ich war leider viel zu aufgeregt. Es kam so plötzlich. Also, mir gefällt dieses hier sehr gut. Jetzt seht euch das an. So ein breites Lächeln. Und genau für Überraschungen wie diese lohnt es sich definitiv, unsere Kondor-Dame zu beobachten. So, dann halten wir mal unsere Beobachtung von heute fest. Und das nächste Treffen will auch geplant werden. Ja. Vielleicht sollten wir auch einen kleinen Fotokurs machen. Oder? Ja. Hier, bitteschön. Als kleines Anlenken. Wow. Wie du guckst. Wieder tiefer. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das so mit Tifa zu bedeuten hat. Ich glaube schon, dass sie sie und Claude vielleicht mehr füreinander empfinden. Froschplatz. Gott sei Dank. Schnellreise. Äh. Da unten am Strand ist sie. Die ist richtig aktiv hier, ne? Da ist sie. Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffi meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffi hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Der Delphi. Hochspannung steht da. Wer versucht darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach, richtig. Ich erzähl euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Fiepen. Haben's eilig. Sorry. Es tut uns echt leid. Wie der Delfin geguckt hat. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay. Versprochen? Versprochen. Kennst du nicht? So, so, so geht das. Oh, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riebensprung. Na, wer von euch will es probieren? Die leichteste, Barrett. Dein Metier, alles Könner. Äh. Ich wäre jetzt, äh, für Barrett gewesen. Der ist doch leicht. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. nach oben begeben. Du wirst für eine Weile nicht nach unter Junon zurückkehren können. Okay, komm. Ich komme, Fischi. Nicht, dass hier gleich wieder so ein Riesenvieh kommt. Stoße die Bälle auf dem Wasser weg, denn das steigert Finny's Laune und sein Tempo beträchtlich und schnell müsst ihr sein, wenn ihr die Sprungzone und den Kran erreichen wollt. Durch Kurven geht es mit Driften ohne Geschwindigkeitsverlust. Hüte dich außerdem vor jeglichen Hindernissen, da sie Finny bei einer Kollision verlangsamen. Nach links und rechts bewegen, Driften. Halte dich am Finny fest. Oh fuck. Woh lang? Woh lang? Das war's für heute. Der Delfin ist erschöpft. Das war gar nichts, oder? Danke. Ich Idiot dachte eben am Anfang, ich muss nur den grünen Pfeilen folgen. Das war's für heute. Das war's für heute. Perfekt. Danke, Mr. Fisch. Okay. So, guten Tag, ich bin der neue Kranführer. Kran bewegen. Lass das Boot runter, damit deine Gruppe einsteigen kann. Gut, dann alle Mann an Bord. Käpt'n Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Ich hoffe doch schwer das Ding saft nicht ab. Ja, er hat richtig Schiss. Danke für alles, Priscilla. Mhm. Passt. Auf euch auf. Der Hund auch. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Bitte. Machen wir doch glatt. Das entwickelt sich hier noch zu richtig schwerer Arbeit für mich. Hey. Wie auch immer ich hochkommen soll. Junon. Ach du Scheiße Selfie-Boas könnte ja das sein Den kennen wir auch oder? Kommt mir so bekannt vor Untere Ebene Krans Führerhaus So gut Holen wir uns noch einen Drink oder so? Einen Weg in die Festungsstadt Okay warte ich würde sagen bevor wir weitergehen Mache ich ja nochmal kurz einen Cut Morgen geht's direkt weiter Schalt gerne wieder ein Lass mir was da Und wenn du Bock hast sehen wir uns morgen Ciao ciao